Und Willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftsmonat 2030 Titanium. Letztes Mal sind wir gestiegen im Leben, wir haben ja das Fels gekauft, damit wir noch ein bisschen mehr an Einnahmen kriegen. Und stehen also auf ganz schlechtem Gefangenen gewesen. Dadurch kann man den Automat auf den Merk ein haben und durchschnittlich schneller wieder unser Geld kriegen. Dazu eher kleben wir auch unseren, wie soll ich es sagen, unseren, ach sagt schon, unseren Dolz. Wir warten nach wie vor immer noch darauf, dass wir unseren Raps ernten können. Vielleicht auch das gleiche Moment losgehen müsste. Hm. Pausch uns zumindest Mal. Wie sieht eigentlich das Wetter aus? Aha. Das würde ich mir auch noch wünschen in Alice's Toastelette, wenn man jetzt zum Beispiel Heu macht, dass man das auch nur erstmal ein, zwei Tage trocknen muss, indem man das zusammen machen kann. Das würde ich mir noch wünschen. Ich hoffe, das kommt auch. Also da würde ich mich schon wirklich sehr drauf freuen. So, jetzt starten wir den mal und während der startet, werden wir den anderen schon annehmen, wenn man den Schlütergrad oben ansetzt, hätte ich oben schon anfangen, kannst du sehen. Ich habe das im Letz auch wieder Heu gemacht und da muss es wirklich auch ein paar Tage warten, weil es nicht wirklich wirklich Heuwetter hat. Da muss man wirklich wachten, bis das Wetter perfekt war, ist. Also wirklich ein paar Tage am Stück gekrocken, ein paar nicht warm sind, und dann ist es nicht warm ist, sondern die Sonne scheint. Warum muss man das einfach nicht sagen. 18, 19 grad, 30 grad, 30 grad, 30 grad, 30 grad, 30 grad, 30 grad und so lange die Sonne scheint. Und... Und... Da muss man mal noch hoffen. Ja, so würde ich mir wünschen auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass das bekommen würde. Und schloppen, dass das bekommt. Und schloppen das bekommt. Ich würde mir immer mehr realistischer werden. Das wäre geil, wenn das käme. Mit Wachstuhl-Phasen ist alles okay, aber bei Gras... ... dann würde ich sagen, du solltest ein bisschen Ausnahmen machen, dass... ... alles lang, da was drauf fliegt und so, dann... ... deshalb nichts nachwächst. Dann ist dann wieder so ein Hantier... ... dann wäre ich mir erstmal gespannt. Na egal. Dann muss ich mir eigentlich nur ein Flugbesorgen, so wie ihr seht. Vielleicht hätte ich auch mal bitten können, ne? Ja, das war rein. Oh, ne, ich muss hier. Ja, wie das jetzt heißt, kann ich schon abwarten. Aber wir könnten das nicht fix nicht machen. Doch, nur, das ist super. Du musst heute schleppchen und selbst mich einsetzen. Dann mich selbst ansetzen. Ich habe schon schnell mit mir gemacht, ich muss selbst rein insetzt haben. ... ... ... ... ... ... ... putzen ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß nicht, wie ich es sehe, aber ich kann es eher korrigieren als alles andere. Naja... Ich weiß nicht, wie schnell er da unten ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Ah, aber... Ah, haha, jetzt habe ich mir aber noch mehr hier drin. Ich habe noch lange Zeit selbst noch nicht mehr steuern. Ich komme mal drüht, ich bin mir vor. Ich bin mir schütteln. Das ist ein bisschen so. Was ist denn? Ich denke, das ist echt so. Das ist gut. Das ist ein bisschen übertrieben. Aber... So... Was ist das eigentlich so? Wir haben... die Mitte der Woche laufen, und da ich ja immer nur abrufe. Wobei, wenn ich mich immer noch zusammenstecke, ist es überhaupt ein 8-4-4-Spiel. Ähm, ansonsten, ähm, wüsste ich jetzt nicht was mit deinem Leben zu geben. Das heißt, ich bin immer noch verpackt, dass ich hier durchs Spiel, dass ich nicht in das Land mehr beziehen kann. Wobei, während ich konvertiere, das auch wieder nach hinten verfügt, da ich da nicht spielen kann. Äh, die PC hat das gut gemacht. Aber egal. Hier, hier, hier macht es nichts weiter, lasst uns durchs Spiel. Ähm, ja, Borderlands könnte es einmal diese Woche fertig werden, steck mal mit dem Mittwoch, werden wir auch so weit sein, oder auch fertig werden. Aber heute, werden Borderlands Renten und fertig. Ansonsten, Moin. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. Ähm, ich habe... Schöne, das ist noch nicht in dem... ... 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 Die letzte Ebene, genau so, die letzte Ebene. Die zwei Griechen, die haben nicht gewonnen. Aber es könnte so sein, dass es heute gespeichert wird, wenn wir fertig sind. Echt so dramatisch. Irgendwann kann man dieses Woche auch noch nie verfertigt werden. Die letzten Tage kommen dann ab nächstes Woche, noch werden da Rainbow Six und das, äh, Rainbow Six und Vegas spielen, seit 1 und 2. Ähm, ansonsten, was ich jetzt noch nicht mehr mache, muss ich sagen, okay, noch. Meinen kommen aber auch noch, 1 und 8 allerdings, nur praktisch nach, da haben wir mir geschuld. Ähm, da werde ich auch noch die Wettbewerbung spiele, aber so, und dann, je nachdem, und noch alleine, sonst halten wir den Ziel, dann besiegen, und besiegen es ändern lassen. Ich hoffe, dass wir nicht so viel mehr machen, letztes Mal. Okay. Damit ist schon fertig, sozusagen. Das ist schön. Da hatte ich gerade noch nicht. Na, der ist jetzt, na, der ist jetzt, na, das schaut in einem, in einem hier, hoch zu treten und so. Ach ja, Ja. Kann der aber zuerst schon krass. Ernst. Also ist letztlich hier noch nicht aufgeschaut worden. Und drücken wir auch noch nicht vergessen nachher. Vor allem wahrscheinlich, dass ich jetzt hier um das Feld habe. Da ist ja dann ein bisschen verdenken. Kann der ja keine Verschmeißen, muss ich mal. Keine Verschmeißen? Keine Verschmeißen, das ist auch schon erledigt. Ich kann nicht mehr... Ich weiß nicht, was wir jetzt noch nicht essen machen. Ich habe es nicht vergessen. Schwer. Außer ein paar Stückes... Fläge, das genau sagt ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, dass ich da alles weiß, was ich hier also esse. Ich hab's mit den Streifen damit. Ich weiß, das hatten wir ja schon eingestellt. So. Marcaus gesticht. Franken ab. Jetzt noch keines Verschmeißen, denn wir haben jetzt schon 30 oder vorge Antworten mit Schlepp. Wie gesagt, 15, 16, 18, 19, 19... ... aus der Seite, äh... ... das zu vermeiden. Also Abspann oder so, oder Marschmutzung... ... 20 Minuten, scheiße, ja, halt. Oh, wei, wei. So, nur schafft... ... ganz zu viel in der Professor Style, aber... ... da gehe ich, ich gehe eher auf Qualität als auf Quantität... ... denn... ... ich hätte ein bisschen auf Qualität so... ... also, wenn ich da jetzt wieder hingehe und, äh... ... irgendwie länger mache, hat die Qualität dann... ... niedriger Rände vom Rennen, um aus... ... weil die Verteilung zu vieles wäre... ... und zu vieles wären. Upsa... ... die DTB nicht... ... nur noch lieber Plankpacker... ... was das da jetzt... ... und... ... jeweil die Qualität so... ... die man... ... äh... ... fährt hier halt an. Abgesehen jetzt von den Super-Tab-Spielen, da könnte ich... ... ja, die sind halt so fixlich. Und die anderen, wenn es noch an... ... sehen die Spieler vom 8-Klasse aus... ... PC-Über-Hemplator und so, aber... ... ich nehme ja... ... und lohnen an zu Klintetten auch. Das ist aber... ... nett ganz so... ... äh... ... weiß nicht, was mir bei mir... ... schon mal ein bisschen verpitzelt... ... also gleich was zu machen... ... was den Schmerzen Rassen betrifft... ... da trinke ich halt meinen Tint... ... tut mir leid... ... wir können ja meckern, was ihr wollt... ... und bleibt so... ... ich kriege den Tint... ... baste aus... ... und fertig aus... ... äh... ... sonst... ... sonst... ... Verwaltiges... ... ja... ... wie gesagt... ... Spielewünsche... ... willst du halt... ... Heimgesprungen... ... hoffentlich alles... ... und... ... aber dann... ... müsste ich noch... ... mit meinem Schmerzen... ... Heimplanen... ... kann... ... aber egal... ... was passiert... ... da spielt ja die Karte... ... so sehr wunderbar... ... ach ja... ... mit einem kleinen Gumpsch... ... und das Ding im Vierf... ... auf... ... au... ... der... ... der... ... der... ... der... ... der... ... der... ... aber schon... ... hat noch... ... wie wenn man jetzt... ... selbst hier arbeitet... ... oder selbst... ... arbeitet... ... erst... ... da spielt man los... ... wie Maslowern... ... wie jetzt schlafen... ... genau... ... schlafen... ... ob mir... ... ... steht man... Aber, so belastet sich jetzt noch dabei. Jetzt haben wir uns mit der Zeit jetzt gar nicht noch vorbei. Noch 2-3 Minuten. Ansonsten hat man das jetzt mit der Zwischenstraue Johan denken. Ich schaue mal schon, wie hier gerade die Fähigungsbehaltung und das wird uns verändert haben. Ja, wie gesagt, das ist halt so jetzt... Huuuua! Dreißig. Ansonsten wollen wir erst mal was machen. Arme, ich möchte ein GB-3, weil ich mich richtig erinnere. Warte Arme, ich meine ja. Er zum Teil 2 GB. Krachen, Krachen. Also das Ding hat ich erhöht. Das ist jetzt schon eine Doppelte. Was war das? Tja. Oh mein Gott. So kann ich jetzt noch mal verhalten. Warte mal schauen. Ich muss sagen, ich arbeite da vielleicht noch seit langem noch mal hier dran ist. Ich bin sauber. Warte mal. Warte mal jetzt gerade mal. Warte mal, ich glaube, wir jetzt gerade nur 80% sind. Wer steckt denn vorher? Eieieieiei, weil wir reißen gehabt. Und dann bin da. Und dann haben wir haupt an... an Masse. Das ist schon krass. Grabs. Das Grabs sind gerade schon lang. Ne, ich habe jetzt noch die Felder. Ich habe immer nur diesen... äh... gelben gesehen. In der Endstand habe ich immer eigentlich hinten wirklich nie gesehen. Aber ich bin eigentlich ein bisschen mit Land und auf Ausgehen. Das nennt sich auch nur aus Heu und Heu und Dino. Wie man sieht. Aber... So, wir können jetzt abtacken. Und dann müssen wir nur doden in dieser Folge. So, die Sprache. Ich muss noch ein bisschen... Ich muss noch ein bisschen doden. So, man sagt, ich bin gerade abtacken und durch. Jetzt ist noch... Ich sage... Ich habe schon. Wenn das Sprache fahren, dann schauen wir. Nächster U1. Let's Play. Landwirtschaft. Jetzt muss jetzt weiter. Was ist total. Wir werden in der Ende Euro mit dieser Grabs fertig werden. Damit wir die Zeit wieder hoch schon vorstellen können. Hochs müssen, oder? Schenkamer, dass es denn keine Probleme geben. Aber dann... Und jetzt da an. Bis... ...nächstem Mal. Bis dahin. Ciao.